Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Datenbanken. Heute wollen wir uns das Object Relational Mapping angucken, das ORM. ORMs sind eigentlich mittlerweile der Standard, wie man von Code aus auf Datenbanken zugreift. Und ich meine, wovon sonst sollte ich auf Datenbanken zugreifen wollen, wenn nicht von Code aus? Das heißt, in Wahrheit macht man eigentlich relativ selten mittlerweile einen richtigen Datenbankzugriff, eine richtige Datenbankabfrage, eine richtige Datenbank-Einfügen-Anfrage. All das mit Insert, mit SQL ist fast schon in den Hintergrund gerutscht, denn wir haben das ORM. Wir haben ORM-Bibliotheken, die für uns die Arbeit übernehmen. Gut, wie sieht sowas aus? Also schauen wir uns das einfach mal an, am Beispiel von unserer wundervollen User-Datenbank. Wir erinnern uns, die hatte drei Felder, nämlich einmal ID, Username und E-Mail. Und ich habe hier mal die E-Mail ohne Bindestrich geschrieben, ansonsten wird es mit Coden ein bisschen schwierig. Normalerweise schreibt man auch alles klein, also ID, Username und E-Mail sind klein geschrieben, aber so kann man sich besser das Ganze vorstellen, finde ich. Und die Einträge, die wir da drin haben, sind dann zum Beispiel ID 1, Username Morpheus und E-Mail bei at my.merge. Was ihr übrigens gerne tun könnt. Und was wir aber im Code tatsächlich haben, das sieht ja ein bisschen anders aus. Wir haben im Code ja nicht solche Datenbanken. Die Datenbanken sind optimiert auf Anfragen, auf Einfügen, auf Lesen. Im Code müssen wir damit arbeiten. Wir müssen diese Dinger als wirkliche Variablen haben. Und normalerweise wollen wir im Code dann mit sowas arbeiten, mit einer Class User, mit einer ID, die ein Integer ist, mit einem Username, der ein String ist und mit einer E-Mail, die auch ein String ist. Und jetzt müssen wir aktuell eigentlich immer selbstständig das Ganze mit SQL-Anfragen durchführen. Das heißt, wir brauchen hier sowas wie get alle User aus Tabelle Users und dann muss ich jeden einzelnen User in so ein User-Objekt verpacken. Und das Ganze ist so repetitiv, dass es ORMs gibt, dass es Object Relational Mappings gibt. Das heißt, was ihr machen müsst, ist im Endeffekt nur das ORM zu benutzen und das macht das alles für euch. Das ist die ganze Aussage hierbei. Okay, das ORM benutzt wirklich diese Klassen. Das heißt, es nimmt eine Klasse entgegen, die normalerweise noch als Model oder sowas gespeichert ist und überträgt sie eins zu eins an die Datenbank. Das heißt, was ihr machen müsst, wenn ihr das Ganze im Code habt, zum Beispiel in Node.js ist es SQLized, da mache ich ja gerade ein Tutorial dazu nebenbei. In Python ist es zum Beispiel SQL Alchemy, das das für euch macht und in Java wäre das Hibernate. Und das sind so die Standard-Frameworks. Aber es gibt natürlich unzählige ORM-Frameworks. Wenn ihr also irgendwie auf die Datenbank zugreifen wollt, dann macht ihr das normalerweise nicht mehr selber, außer ihr habt wirklich sehr spezielle Anfragen, sondern ihr schreibt euch ein Model, wie jedes eurer Objekte aussehen soll. Das ist das hier. Ihr definiert, wie ein Objekt bei euch aussieht und sagt dann, also da muss man teilweise halt noch ein paar extra Sachen machen, zum Beispiel man muss sagen, hey, das ist eine Column und das ist eine Column und das ist eine Column. oder man muss sagen, das hat diesen Data-Type jetzt in der Datenbank und so weiter und so fort. Also ein bisschen extra Aufwand ist es, man muss ein bisschen in das ORM-Framework reinkommen, aber dann übernimmt das ORM-Framework eben alles. Das heißt, wenn ihr so ein User-Objekt habt und das an das ORM übergebt und sagt speichern, dann speichert euch das, das Ding eins zu eins in der Datenbank. Wenn ihr sagt, lesen, dann liest es euch eins aus und macht euch wirklich ein User-Objekt raus und gibt euch das zurück. Und wenn ihr sagt, lies mir alle oder lies mir alle, wo was gilt, dann könnt ihr da relativ spezifisch werden. Zum Beispiel könnt ihr sagen, wo ID größer bla bla bla. Und dann habt ihr hier sogar Type-Checks. Ihr müsst das nicht mehr in SQL machen. Das macht alles das ORM für euch. Und das würde ich euch wärmstens ans Herz legen, wenn ihr irgendwie am Coden seid, denn das hat sehr viele Vorteile. Und die möchte ich auch mal ganz kurz noch elaborieren. Und zwar der erste Vorteil, ORMs sind zu Tode optimiert. Das heißt, wenn ihr das Ganze selber macht, dann habt ihr nicht solche automatischen Datenbank-Generierungen. Ihr müsst von Hand die Datenbank generieren, beim ersten Mal starten. Also normalerweise, ihr müsst von Hand dann vielleicht einzelne Objekte anlegen, damit ihr es testen könnt und so weiter und so fort. In einem ORM wird das alles für euch gemacht. Existiert die Datenbank nicht, wird sie angelegt. Und zwar auf eine sehr effiziente, sehr schnelle Art und Weise. Und ja, relativ direkt. Wenn ihr zum Beispiel einen User einfügen wollt, dann wird das auch optimiert. Alles wird optimiert, denn da sind Leute, die sich nur auf diesen Teil konzentrieren. Während das für euch so ein, naja, mach ich mal so nebenbei Teil ist. Das heißt, ihr seid hier sehr, sehr schnell dabei, eigentlich alles zu haben, was ihr braucht. Und ihr habt viel mehr Funktionen, was ihr alles zum Beispiel brauchen könntet. Ihr könnt viel, viel besser vergleichen. Zum nächsten Punkt ist es natürlich sicherer, im Sinne von, euer Code stürzt nicht so leicht ab, weil ihr eben Typsicherheit habt. Also gerade, wenn ihr irgendwie eine typisierte Sprache benutzt, dann habt ihr diese Typsicherheit, dass wenn hier Int steht, dann ist das auch in der Datenbank ein Int. Und wenn ihr es ausgelesen habt, dann ist das auch am Ende wieder ein Int. Dadurch könnt ihr zum Beispiel Checks machen, wie ID größer 5 zum Beispiel oder Username contains M oder Morpheus oder sowas. All solche Dinge könnt ihr dann typsicher machen, dass ihr nicht aus Versehen sagt ID contains, dann habt ihr nämlich ein Problem, oder Username größer 25. So, das würde nicht funktionieren, würde euch einen Fehler werfen. Den merkt ihr in SQL nicht, den merkt ihr am Ende erst dann beim Checken, beziehungsweise beim Ausführen dann. Und das wäre ein bisschen zu spät in vielen Fällen. Nervt beim Debuggen, so ist es viel, viel angenehmer, weil eben die Frameworks das für euch machen. Und der letzte Punkt, den möchte ich ganz besonders highlighten, ist die wirkliche IT-Sicherheit, die Cyber Security. Denn es gibt immer wieder Probleme, wenn wir Sachen in die Datenbank reinschreiben. Zum Beispiel könnte es sein, dass sich ein User mit einer SQL Injection registrieren möchte. Oder es könnte sein, dass man mit Cross-Site Scripting einen User registrieren kann. All diese Dinge müsstet ihr im Kopf haben, wenn ihr dieses ORM zwischendrin selbst schreibt. Und wenn ihr das nicht selbst schreibt, sondern wenn ihr SQLize, SQL Alchemy oder Hibernate oder sowas benutzt, dann wird das für euch von anderen gemacht. Das heißt, ihr bekommt weniger Arbeit und ihr habt am Ende eine sicherere Applikation, was natürlich eigentlich auch in unserem Interesse ist. Dementsprechend würde ich euch absolut empfehlen, eins der ORM-Frameworks zu benutzen, wenn ihr mit eurem Code auf die Datenbank zugreift. Ich habe jetzt zu SQL Alchemy zum Beispiel schon ein Tutorial, zu SQLize nehme ich gerade eins auf. Das werdet ihr in ein paar Tagen bekommen. Wobei die Datenbankreihe an sich, also SQL an sich, ist ja schon ein bisschen älter. Aber könnt ihr durchaus trotzdem beides angucken. Also für euch, wenn ihr mit Datenbanken und mit JavaScript arbeitet, dann ist sowieso beides für euch relevant. Von dem her, gönnt euch und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Ciao. Das war's. Das war's. Der Fall war. Das war's. Vielen Dank.